Mein Name ist Bettina, ich bin Physiotherapeutin hier. Ja, hallo, ich bin Cindy und ich bin Logopäde. Wir arbeiten hier mit Menschen zusammen, die als Patienten herkommen und für sich wieder in ein möglichst selbstständiges Leben entlassen werden können. Und da arbeiten alle Berufsgruppen dran, sowohl von ärztlicher Seite als auch von therapeutischer Seite. Es werden Ziele definiert, die den Patienten nutzen. Also für mich ganz wichtig ist tatsächlich die Übereinbarkeit mit meiner Familie, weil ich das so perfekt teilen kann, dass genau die Kita und Schulzeit meiner Kinder eben da drumherum gebaut ist oder die Arbeitszeit quasi reingebaut, weil es ja so ist. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Praxis und Klinik. Ich mag in dieser Klinik einfach, dass es eine kleine Klinik ist. Man hat kurze Kommunikationswege, man hat relativ schnell sein Netzwerk zusammen und es ist nicht so anonym wie in großen Häusern. Ich mag in dieser Klinik einfach, dass es nicht so ein bisschen wie in der Einsung der Klinik ist. Vielen Dank.